Wieso haben Sie sich nicht gleich hierher schicken lassen? Das ist gar nicht mein Haus. Und was machen Sie dann hier? Ich hab was zum Anziehen gebraucht. Wie heißen Sie? Was Sie hier machen, ist Hausfriedensbruch. Ich muss Sie auffordern, das Gebäude sofort zu verlassen. Ansonsten muss ich Sie leider festnehmen. Also, guck mal. Pssst. Haben Sie verstanden, was ich gesagt habe? Pssst. Untertitelung des ZDF, 2020